Ich möchte den Menschen mitgeben, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wenn du dich dafür entscheidest, zu sagen, hey, mit diesem Thema setze ich mich auseinander, NFTs, DeFi, Kryptowährungen, dann gehörst du in den nächsten Jahren zur absoluten Elite und zwar Weltelite. Du weißt Dinge, jetzt schon, von denen die Reitemasse vielleicht sogar aus den zehn Jahren erfahren. Ich habe das Buch gelesen von Mike Reich mit NFTs. Das habe ich so schnell durchgelesen, es hat mich so fasziniert, dass ich da was in das Mentoring gebucht habe. Man kommt dann rein und dann bist du in dem Bann drin und dann lässt sich nicht mehr los. Das ist einfach eine verrückte Welt. Das ist die Sportart. Nein, es kann passieren. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das erste IRL-Treffen, wie wir im NFT-Space sagen, das ist französisch und heißt so viel wie in real life. Das FVF Mentoring ist eine Gruppe, in der wir sehr viel über NFTs, über DeFi, über Kryptowährungen lernen, Menschen einladen aus der ganzen Welt, wirklich prominente, große Stars aus diesem Bereich und dadurch eine Gruppe an Menschen sind und werden, die die absolute Speerspitze ist im deutschsprachigen Raum, die wirklich diese Technologie und alles, was damit einhergeht, das ist eine Entwicklung, die wird werden wie das Internet, dass sie davon in einem Ausmaß profitieren können, das ganz vielen vielleicht jetzt noch gar nicht richtig bewusst ist. Das Thema hat natürlich ganz viele Fragezeiten und das fängt an von wie steuerlich, wie ist es rechtlich, wie kann man Projekte vielleicht auch in die Welt setzen und hier hat man das Gesamtpaket am Buffet und man kann sich das rausgreifen, was gerade für einen relevant ist. Das ist der Vorteil, glaube ich, auch von Mike, dass er eine weltweite Community hat, dass man eben wieder die Möglichkeit hat, in dieser Community auf Experten zuzugreifen, die sich genau damit beschäftigen. Das ist ein wahnsinnig toller Mensch und das ganze Team übrigens auch, alle, jeder Einzelne. Ich bin eigentlich meistens mal vor allen anderen im Deutschen, ich würde sogar der ganze Welt sagen, das ist am meisten Schritt voraus. Ein einziger Satz kann lebensverändernd sein und diesen Effekt habe ich bei Mike ständig. Durchblickend werden wir alle sagen so, wow, ich habe bei Mike Wager gelernt. Ich bin sehr dankbar dafür, jeden Tag, aufs Neue. Team Berlin! Wir sind Tränen geflossen, das ist natürlich berührend und das sind Gänsehautmomente und das ist das, wofür ich all das mache. Ich möchte Leben von Menschen zum Positiven verändern und ich glaube, das kann ich hiermit sehr, sehr gut machen. Ich möchte Leben von Menschen mehr und dieser simplinen. E declert sich nicht die Nachhinehaut Minute und nämlich die Nachhinehaut und ich hoffe, es geht in meiner Liebe. ich Muy Welt bekeut content, Und ich werde ein bisschen vertrefonn, Vielen Dank.